Windows Recall ist bereits gehackt worden, wenn man das so nennen kann, noch bevor es offiziell veröffentlicht wurde. Das Ganze stellt sich als noch weitaus katastrophaler heraus, als bisher angenommen. Was sich da jetzt an neuen Informationen ergeben hat, das schauen wir uns zusammen in diesem Video an. Zu Beginn nochmal ganz kurz, was ist Recall überhaupt? Maschinelles Lernen ist ja unter dem Buzzword KI, also für künstliche Intelligenz, gerade in aller Munde. Auf den Trend setzt auch Microsoft. Vor wenigen Wochen haben sie als Teil von Copilot Plus die Funktion Recall vorgestellt. Die soll im Sekundentakt automatisierte Bildschirmfotos anlegen, die man später maschinell verarbeitet, damit die durchsucht werden können, aber man dabei eben nicht an Programme gebunden ist. Das heißt, alles was der Mensch am Computer sieht, das kann der nachher durchsuchen, statt wie bisher, ihr müsst wissen, suche ich im Browser, suche ich in einem Programm, suche ich im Dateisystem. Das verschwindet, ihr könnt alles durchsuchen. Das verschärft die bereits umfangreiche Überwachung in Windows nochmal um eine ganz neue Dimension. Verschiedene Sicherheitsforscher warnen da vor diversen Missbrauchsszenarien. Eins davon ist Schadsoftware, denn die kann dann auch alles nachvollziehen, was der Anwender so die letzten Monate gemacht hat, und zwar fast lückenlos. Zum Beispiel sensible Daten abgreifen, da Recall diese nicht schützt. Das war ja auch hier bei mir ein großer Kritikpunkt, dass eben komplett alles, außer DRM-geschützte Inhalte, also urheberrechtlich geschützte Inhalte mit diesem unfreien Kopierschutz, die werden erfasst und sind damit praktisch freiwillig. Außerdem drängt Microsoft diese Funktion auch allen Nutzern auf, die ist im Standard aktiviert, das heißt also, da gibt es kein Opt-out, sondern ein Opt-in. Im Detail habe ich das in diesem Beitrag ausführlich erklärt, da gibt es auch ein Video dazu, das verlinke ich oben und in der Beschreibung. Recall ist derzeit noch nicht offiziell frei verfügbar. Es ist zwar in der Insider-Vorschau-Version, also so eine Art Alpha-Beta-Version von Microsoft Windows enthalten, aber unterstützt nur ausgewählte ARM-Prozessoren. Die gibt es derzeit noch gar nicht und sollen in der zweiten Monatshälfte vom Juni24 erst erscheinen. Aber weil der Code schon in Windows 11 enthalten ist, gibt es ja seit kurzem verschiedene Anleitungen, mit denen man das auch auf anderen Geräten aktivieren kann, aber eben nur ARM-Hardware, denn den Code, der ist hier bisher noch nicht für x86 implementiert. Das soll noch folgen, aber derzeit kann man ihn eben nur auf ARM-Systemen nutzen und nicht auf anderen Architekturen. Dazu gibt es hier auch dieses GitHub-Projekt, das hier zeigt, wie man das Ganze machen kann. Also mit den Schritten kann man das schon vorab nutzen und ausprobieren. Verdammtes Internet! Dadurch gibt es nun erste Erfahrungswerte aus der Praxis von Leuten, natürlich nicht viele, aber eben die, wo ARM-Geräte haben, uns ausprobieren konnten. Die sind erschütternd. Hier zum Beispiel hat einer auf Mastodon gepostet, wie er das aktiviert hat und gibt hier Einblicke, wie das Ganze technisch funktioniert. Das fand ich interessant. Im Kern lässt Microsoft eine Texterkennung über die Bildschirmfotos laufen und speichert deren Daten inklusive Metadaten in einer Datenbank. Hier sieht man die Struktur, das ist so eine SQLite-Datenbank, also darauf ausgelegt, dass man die lokal für einen Benutzer hat, statt einem kompletten Datenbank-Server. Hier sieht man es dann, da sind diverse Informationen abgespeichert, die URLs, alles, was er da eben auslesen kann, Fenstertitel und noch ein paar weitere Metainformationen. Damit ist nahezu lückenlos nachvollziehbar, was jemand an seinem Computer gemacht hat. Es gibt zwei interessante Ordnerpfade, die sind jeweils in eurem Benutzerprofil, also unter CE-Users und dann euer Benutzername in AppData-Local. Das eine ist diese .db, die SQLite-Datenbank, die ihr eben hier gesehen habt, plus Image-Store. Da sind dann eben ganz normale Bilddateien drin. Die kann man auch direkt so öffnen mit einem Doppelklick, wie jetzt ein Bild von eurer Digitalkamera oder einem Bildschirmfoto, das ihr selber aufnehmt. Der Knackpunkt hierbei, jeder Administrator kann auf diese Ordner hier zugreifen und damit diese kompletten Daten, also Bildschirmfotos und diese Texterkennungsdaten, die Microsoft da ausgelesen hat, auslesen. Hier sind wir schon bei dem ersten Punkt, wo Microsoft eiskalt gelogen hat. Es gibt nämlich hier die Dokumentation zu Recall. Die ist schon seit einigen Wochen online. Wenn man da mal runterguckt, gibt es hier einen Absatz, wo der halt das Ganze speichert. Da steht ganz klar drin, dass Recall diese Snapshots, also diese Bildschirmfotos, nicht mit anderen Benutzern teilt. Also die kann nur, dieser eine Nutzer selber kann darauf zugreifen und Microsoft auch nicht. Wie es in der Praxis ist, hat jemand mal ausprobiert. Das ist bei Windows mit Administratorrechten gar kein Problem. Auch ein anderer Benutzer, der kriegt ja halt eine Meldung, dass er zuerst sich den Zugriff holen muss. Wenn er hier auf Continue klickt, kann er alles einsehen, hat kompletten Zugriff auf all diese Daten. Jetzt kann man sagen, naja gut, die haben zwar geflunkert, aber Administratorrechte, das sollte man ja eigentlich nicht machen. Das stimmt in der Theorie natürlich auch. In der Praxis ist das Microsoft hier selbstbewusst, dass es da anders aussieht. Wenn man da nämlich mal in diese Ankündigung zur Sicherheit in Windows 11 ganz weit runter scrollt, gibt es hier einen Absatz, wo steht, die meisten Leute, die arbeiten mit vollen Administratorrechten. Dann wird hier aufgelistet, welche Sicherheitsprobleme das mit sich bringt. Das heißt, Microsoft weiß, dass eben so etwas überhaupt kein Problem und durchaus gängig ist. Offensichtlich hat das aber keinen interessiert. Ein Angreifer freut sich natürlich darüber, der muss jetzt bloß diese Datenbank hier auslesen. Schon sieht er alles, was man hier gemacht hat. Hier die Fenstertitel zum Beispiel, Windows Explorer. Da kann man jetzt eben durchsuchen, was ist interessant. Und hier hat jemand jetzt mit dem Projekt Total Recall ein kleines Python-Skript geschrieben. Das ist nicht mal lang, sind 160 Zeichen Code, also nicht wirklich viel. Da unten ist auch ein Beispielaufruf, wo man hier mal gucken kann, was das alles macht. Der durchsucht die hier. Man kann angeben, zum einen nach was er suchen soll, dann auch einen Zeitraum, weil man ja eben große Datenmengen hat. Und schon listet er hier auf, was haben wir da alles gefunden. Ah, wir haben hier zu Passwort zum Beispiel 32 Treffer. Die sind dann alle in der Log-Datei. Da kann man sich das dann bequem raussuchen. Und hat hier im besten oder schlimmsten Fall, je nach Sichtweise, intime oder kompromittierende Daten gefunden. Ein Angreifer wird sich hier sicherlich bei Microsoft für diese Vorarbeit bedanken. Die Empörungswelle war ja schon von Anfang an groß, als noch gar nicht bekannt war, dass Microsoft hier die Daten im Klartext ungeschützt abspeichert. Der Tenor war, Microsoft zerstört Sicherheit und Vertrauen, damit noch viel stärker als schon ohnehin. Der Druck war anscheinend so groß, dass Microsoft tatsächlich ein Stückchen zurückrudert. Ganz aktuell hier vom 7. Juni haben sie hier einen Blog-Eintrag geschrieben. Nein, doch. Das passiert dort selten. Schauen wir mal hinein, was sie da jetzt konkret ändern wollen. Im Kern geht es um drei Änderungen. Zuerst einmal fährt Microsoft erstmals seine Gängelungen zurück. Der Nutzer hat eben das nicht mehr automatisch aktiv. So war es ja bisher. Wer es nicht wollte, muss es deaktivieren. Das will man jetzt hier umstellen und den Nutzer fragen. Er muss hier ausdrücklich sagen, ja, ich möchte. Außerdem, ganz neu hier, keine Dark Patterns. Normalerweise versucht ja Microsoft, selbst wenn sie fragen, mit Dark Patterns den Nutzer zu manipulieren, mit zum Beispiel gefärbten Flächen oder Knöpfen, die nicht wie Knöpfe aussehen und so was. Das haben sie hier bisher, zumindest auf dieser Vorschau, die man sieht, bisher weggelassen. Darüber hinaus möchte man nun die Daten endlich auch schützen. Um das zu aktivieren und auf den Verlauf zugreifen zu können, ist Windows Hello nötig. Das heißt entweder biometrische Authentifizierung mit Gesicht- oder Fingerabdruck oder aber ein Pin. Außerdem sollen die Bildschirmfotos inklusive der Datenbank ab sofort verschlüsselt werden. Ebenfalls gelogen ist also die anfängliche Behauptung von Microsoft, dass Privatsphäre und Sicherheit schon von Anfang an hier mit integriert wurden. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Sonst müsste man nicht jetzt im Nachgang, nachdem es hier heftige Kritik wegen der Unsicherheit gab, anfangen, das überhaupt jetzt erst einzubauen, weil bisher hat das ja alles gefehlt. Spannend ist, dass Microsoft wenige Wochen bevor Recall erschien, noch hoch und heilig versprochen hat, Sicherheit an erster Stelle zu stellen. Das hat hier der CEO gesagt, wenn ihr da mal runter in den Artikel guckt, da heißt es, wenn man sich hier entscheiden muss zwischen Sicherheit und irgendwas anderem, dann ist immer Sicherheit oberste Priorität. Das sagt schon vieles über den Konzern aus. Im Umkehrschluss muss ja Sicherheit bisher nicht so wichtig gewesen sein, ansonsten müsste man es jetzt nicht von weiter hinten auf den ersten Platz holen. Das kann zwar jeder schon länger an den regelmäßigen gravierenden Sicherheitsmängeln in der Microsoft-Software selber sehen, doch Microsoft selber warb und wirbt immer mit, dass da alles voll sicher ist und man sich kümmert und so weiter. Das scheint Tradition zu haben, bei Copilot war es ja auch so, da hat man von Anfang an gesagt, beruhigt euch, das ist alles sicher, alles lokal, alles super, jetzt merkt man langsam, es war doch nicht so. Auch kein Einzelfall, ich habe es hier schon mal in dem Video zur CDU, die hatten ja auch einen Hackerangriff erwähnt, bei der SPD vor einem Jahr, da hat sich herausgestellt, die wurden durch eine Lücke in Microsoft Outlook gehackt, die stand etwa ein Jahr lang offen und auch als Microsoft davon erfahren hatte, dauerte es zwei Monate, bis die sich gekümmert haben. Auch die aktuellen Beispiele sind ja nicht viel besser, zum Beispiel ganz aktuell hier eine kritische Sicherheitslücke in Microsoft Azure, also der Cloud, die will Microsoft überhaupt nicht patchen, obwohl die kritisch ist, also da ist Sicherheit irgendwie auch nicht so wichtig, plus wenn man hier mal in den Verlauf guckt, auch interessant, diese Lücke, die wurde schon Ende 2023 an Microsoft gemeldet, das heißt es dauert hier über ein halbes Jahr, bis die sich überhaupt mal geäußert haben, dass sie da nichts tun wollen, obwohl das eine 10 von 10 ist, also total katastrophisch, schlimmer geht nicht mehr. Noch kurz zwei weitere Beispiele, Microsoft hat seinen X- bzw. Twitter-Account nicht in Griff, der wurde hier sogar für Betrug missbraucht, also da scheint man auch seine Konten bei anderen Anbietern nicht gescheit schützen zu können. Die Katastrophe ist sogar so groß, bei ihrem letzten Cloud-Hack, da haben sie ja geschwiegen, haben das versucht, unter den Teppich zu kehren, da verklagt jetzt das BSI Microsoft, damit sie da mal an Informationen kommen, das ist also richtig super bei denen. Mein Fazit, dieses Unternehmen hat einmal mehr bewiesen, dass sie weder sicher noch ehrlich sind. Wer immer noch deren Produkte kauft, unterstützt diese Praktiken und sollte ernsthaft überlegen, ob er das zum einen mitmachen möchte, sowie zum anderen seinen Daten antun will. Am Ende sind es nämlich eure Daten, die kompromittiert werden, wenn zum Beispiel Co-Pilot die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umgeht. Was denkt ihr darüber? Schreibt es gerne auf uLabs.de oder hier in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.